Das hat ein Samstagskino. Der erste Angriff traf uns unvorbereitet. Das darf uns kein weiteres Mal passieren. Wir brauchen Köpfe wie dich, Händler. Wehe Detail. So, das hat noch keiner zuvor getan. China-Null-Generation. Wenn du es nicht versuchst, dann sind wir alle verloren. Von Händler. Er opfert seine gesamte Schlachtflörter. Niemand kann ihn jetzt noch aufhalten. Endes Gereben. Morgen um 20.15 Uhr. In Sat.1. Untertitelung des ZDF, 2020